Ampelkrise, kommen jetzt Neuwahlen? Oh nein, oh nein. Ist das wieder dieser Typ von... Oh nein, es ist er. Jan Schippmann, der Typ von die da oben, der will uns jetzt erklären, dass es Neuwahlen geben wird. Ampelkrise, gibt es jetzt Neuwahlen? Oh ja. Leute, ich weiß ja, was ihr euch jetzt denkt. Immer dasselbe, nachts ist dunkel, was... Ritos Best Friend. Der ist wirklich Ritos Best Friend. Schalke spielt scheiße und die Ampel zofft sich. Magst du den nicht? Doch, der ist mega geil. Der ist fast so geil wie die SPD. Aber ich sag's euch, dieses Mal ist es richtig ernst. Diese Regierung steht so nah vor dem Abgrund wie noch nie zuvor. SPD, Grüne und FDP haben nämlich ein riesiges Problem und nur noch wenige Wochen Zeit, um das zu lösen. Rechtsextremismus. Wenn sie das nicht schaffen, dann ist die Ampel am Ende und es könnten Neuwahlen kommen. Wir starten direkt rein. Ich erzähle euch, was da gerade los ist. Warum es jetzt wirklich kritisch ist und was passiert, wenn alles zerbricht. Hier kommt meine Analyse. Wisst ihr noch? Das Bild hier, das war im Herbst 2021. Ein paar Monate nach der Bundestagswahl. Sieht eigentlich ziemlich happy aus, oder? So nach Zukunft und Aufbruch und guter Laune. Die Leute von die da oben haben auch ein 20 Minuten Werbevideo für Volt gemacht. Da wird abgekultet und abgefeiert und dass der Vorsitzende von Volt spricht, wird leider ab und zu von der Moderatorin unterbrochen. Das ist echt anhinscht. Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist wirklich der Knaller, Alter. Auch Funk ist absolut der Knaller. Das sind einfach mega gute... Weißt du, öffentlich-rechtlicher Antifaschismus. Hast du so einen Jander sitzen, der die Sleeves tätowiert hat und so in einem 20-Minuten-Video einmal sagt, ey, AfD ist schon echt böse, wir sollten mal so eine Petition hier unterschreiben. Das wäre vielleicht ganz knorkig, aber wenn ihr nicht wollt, ist das auch cool. Ja, okay, Alerta, Alerta, Freunde. Ja, keine Ahnung, ob Kriminelle halt wirklich so ein Ding sind. Ich finde Kriminalität schon scheiße und so. Ja, die war relativ schnell wieder weg. Und ich sag's mal so, seit der Europawahl ist davon überhaupt nichts mehr übrig. Da hat die Ampel nämlich ordentlich verkackt. Wobei man sagen kann, für die FDP ist es fast nur ein Erfolg, dass sie gerade mal 0,2 Prozentpunkte verloren hat. Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack- Zimmermann schien nach der Wahl sogar erleichtert zu sein. Dass es jetzt eine stabile 5% ist, das ist eine wirklich gute, gute Nachricht. Dass die FDP bei der letzten Bundestagswahl noch mehr als doppelt so viel geholt hat, geschenkt. Die anderen beiden Ampelpartner hat's aber bei der EU-Wahl so richtig erwischt. Bei den Grünen hat nicht viel gefehlt und sie hätten ihr Ergebnis von der letzten Europawahl halbiert und die SPD hat ihr schlechtestes deutschlandweites Ergebnis seit Gründung der BRD eingefahren. Gerade bei Rot-Grün ist also jetzt richtig Alarm. Es stehen nämlich schon die nächsten Wahlen vor der Tür. Im September wird in drei Bundesländern ein neuer Landtag gewählt. Wo ist denn der Linken eigentlich der Clinch mit Peter Decker? Kann mir das jemand erklären? Was meinst du mit der Linken? Wer ist denn, wer ist denn die Linke? Ich kann ja nur von mir sprechen und ich habe keinen Clinch mit dem. Hier sind die Linke. Ja, aber ich habe keinen Clinch mit Peter Decker. Peter Decker ist mein Weg in die Depression. Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und ich sag mal so, die Ampelparteien wissen, wenn es da so weitergeht wie bei der Europawahl, dann ist Abstiegskampf angesagt. Ich mach genau so und noch schlimmer. Besonders die SPD hat da richtig viel zu verlieren. In Brandenburg stellt sie aktuell... Ich finde es so witzig, wenn irgendwelche Trottel so tun, als ob Inhalte jetzt irgendetwas verändern könnten. Was ist denn jetzt, was schlägst du denn vor, was die SPD machen soll jetzt in den letzten sieben Monaten? Den Ukraine-Krieg beenden und die Klimakatastrophe aufhalten oder was? Was wollen die jetzt tun? Den Ministerpräsidenten. Käme da ein Ergebnis wie... Mal ein paar Flyer verteilen und Ausländer abschieben. ...bei der Europawahl raus wäre die SPD gerade mal viertstärkste Kraft hinter AfD, CDU und BSW. Im Posten des Ministerpräsidenten kann sie sich dann sowas von klemmen. Auch in Sachsen und Thüringen ist die SPD aktuell noch in Regierungsverantwortung. Und auch wenn es gerade niemand laut ausspricht, da hofft man auch weiterhin für die Regierungsbildung gebraucht zu werden. Wenn man sich die Umfragen aber anschaut, dann denkt man sich, weiß ich nicht, Digga. Die sind nämlich konsequent einstellig. Auch Inhalte sind den Leuten leider egal. Wäre es so, dann hätten wir 90% Linkspartei. Ich bin ja derzeit eher auf dem Weg, dass wenn Inhalte wirklich eine Rolle spielen würden und Realitäten eine Rolle spielen würden, würde einfach keiner mehr wählen gehen. Dann würde sich das mit dem Parlamentarismus relativ schnell selbst erledigen. Für die Grünen geht es um viel. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind sie momentan Teil der Landesregierung. Und in allen drei Ländern müssen die Grünen aktuell sogar um den Wiedereinzug in den Landtag zittern. Sprich, sie fürchten nicht mal die 5%- Hürde zu knacken. Das ist schon eine krasse Nummer. Ganz schön viel auf der Kippe also. Kein Wunder, dass die Parteien schnell was ändern wollen. Und zwar mit Sacharbeit. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam, aber das trifft ziemlich gut. Gleichzeitig haben wir Anhängerinnen und Anhänger, die zu Recht von uns einfordern, dass unser Profil. Den Parlamentarismus und unsere Probleme metaphorisch zu erklären, ist relativ schwer. Aber wenn es jemand schafft, dann ist es dieser Philosoph. Und ich versuche das spontan zu machen. Stellen wir uns vor, wir haben eine Bevölkerung, die hungrig ist. Und dann kommt der Parlamentarismus und der steht in die Mitte des Raumes, wo alle Hungrigen drumherum stehen, einen prall gefüllten, gedeckten Tisch mit allerlei Lebensmittel. Und dann kommt einer und sagt, ihr dürft das aber nicht nehmen. Und dann geht er wieder. Und seit 80 Jahren stehen die Hungernden um diesen Tisch herum und kämpfen dafür, dass der Typ mit dem Anzug wieder zurückkommt und den Leuten erlaubt, sich zumindest ein bisschen was zu nehmen. Aber dürfen sie nicht. Junge, nimm es dir doch einfach. Das steht vor dir. Nimm es dir. Erkennbar wird, dass wir uns abgrenzen, dass wir unsere Einzigartigkeit zeigen und auch manchen parteipolitischen Vorschlägen der Koalitionspartner, dass wir die auch zurückweisen. Dabei ist für uns klar, es kann kein weiterzugeben. Aber es gibt ja noch einen dritten Partner in der Ampel und der will natürlich auch seinen Senf dazugeben. Nur sieht die Situation bei der FDP ein bisschen anders aus. Bei aller Liebe, für die sind nämlich die drei Landtagswahlen im Herbst kein besonders großes Problem. Die haben dann nämlich sowieso kaum Chancen, irgendeinen ostdeutschen Blumentopf zu gewinnen. Keine Chance. Da hatte der keine Chance. In Thüringen tritt für die FDP wieder der in Ungnade gefallene Thomas Kemmerich an. Wisst ihr noch, er hier. Dem hat die Bundespartei schon 2020 den Support entzogen. Die FDP in Thüringen hat trotzdem noch mal auf ihn gesetzt. Läuft nicht so gut. In den Umfragen wird die FDP da. Ja, das Problem ist halt, dass du erschossen wirst, wenn du dir eine Birne nimmst. Ja, sehr schön. Super. Keine Ahnung, bist du in der grünen Jugend oder was? Diese Leute, die sagen, nee, ich hab Angst davor, dass da eine Strafe kommt. Ja, natürlich, wenn du das alleine machst. Weißt du, das ist ja das Ding, warum, warum, warum die gesamte Lobbyarbeit immer nur gegen das Kollektiv geht. Weil die Leute wissen, wenn wir im Kollektiv arbeiten würden, die können eben nicht jeden erschließen. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Da schon unter Sonstige gelistet, so schlecht sieht's aus. Die Bundes-FDP wird wahrscheinlich sogar froh sein, dass Kemmerich bald nix mehr zu melden hat. In Brandenburg und Sachsen sitzt die FDP aktuell nicht mal. Wie viel kostet so eine Birne? Oh Gott, voll. Ey, sehr fragwürdig. Es tut mir sehr leid, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte darum Entschuldigung bitten. Wenn dich das so getroffen hat, dass deine Witze auf dem Level angekommen sind, dann muss, dann muss ich mich bei dir entschuldigen. Das wollte ich nicht. Im Landtag und mit Umfragen zwischen zwei bis drei Prozent geht wohl in der Partei auch kaum jemand davon aus, dass sich das bei diesen Wahlen ändert. Das heißt, die FDP steht gerade lange nicht so unter Druck wie die anderen beiden Ampelparteien. SPD und Grüne stehen aber jetzt heftig unter Zug, zwang Erfolge vorzuweisen und zu zeigen, wir haben verstanden, ab jetzt wird alles anders, versprochen. Das Problem ist, die Uhr tickt gerade erbarmungslos. Nein, das Problem ist, dass die Leute, dass die Leute Forderungen haben, die man nicht erfüllen kann. Dass die Leute denken, dass Leute abgeschoben werden müssen und dass je mehr Trottel sich hinstellen und fordern, dass die Ampelregierung endlich, endlich handelt, dass das bedeutet, dass irgendwie im Schnellverfahren jetzt noch ein paar tausend Ausländer dann glauben müssen und nach Afghanistan getreten werden. Das ist absurd. Absurd davon auszugehen, dass die Ampelregierung irgendetwas tun könnte, dass die, dass die bürgerliche Meinung ändert. Das ist absurd. Und da kommen wir zum zweiten Thema, was die Situation gerade so brisant macht. Klaro, irgendwie geht es in dieser Koalition immer ums Geld, aber jetzt wird es richtig kritisch. Denn bis zum dritten Juli soll der Haushalt fürs kommende Jahr stehen. So hat es Olaf Scholz angekündigt. Denn das ist die letzte Chance, um ihn vor der Sommerpause durchs Parlament zu bringen. Das Problem ist, es fehlt Kohle. Und zwar massiv. Auch weil der Staat laut seinen Steuerschätzern im nächsten Jahr 22 Milliarden Euro weniger Steuern einnehmen wird als geplant. Insgesamt fehlen im Haushalt je nach Rechnung wohl mindestens 40 Milliarden Euro. Und die Fronten sind hart wie altes Knäckebrot. Die SPD will nicht beim Sozialen sparen, die Grünen nicht bei Umwelt und Klima und die FDP will lieber Steuern senken und sperrt sich weiterhin gegen eine Reform der Schuldenbremse. Und der Ton wird deutlicher als sonst, besonders von der SPD. Die war in der Vergangenheit bei Zoff eher der Vermittler oder hat sich ganz rausgehalten. Boah, jetzt nicht mehr. Parteichef Lars Klingbeil sagt, 30, 40 Milliarden Euro kann man nicht so eben einsparen. Der linke Flügel der SPD stellt mittlerweile schon die Regierung... Was ist denn der linke Flügel der SPD? ...Beteiligung in Frage. Die Grünen sind ja deutlich weniger auf Krawall gebürstet. Außenministerin Baerbock warnt vor einem Koalitionsbruch, das würde nur den Demokratiefeinden in die Hände spielen. Sie sagt, unser verdammter Job als Regierung ist es, auch in schwierigen Zeiten Probleme miteinander zu lösen. Philipp Thürmer. Es gibt nichts bürgerlicheres und linksliberaleres, als Philipp Thürmer den Schwanz zu lutschen derzeit, wirklich. Also, dass es Menschen gibt, die einem Juso nochmal den Schwanz lutschen, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also, das hätte ich mir wirklich nicht vorstellen können. Der hat schon mal im Fernsehen gesagt, man soll enteignen. Das hat der gesagt im Fernsehen drinnen. ...lösen. Well, you're not wrong sieht aber nicht so aus, als ob es da so schnell eine Lösung gibt. Die FDP pocht weiter auf den Sparkurs und sagt, lies mal den Koalitionsvertrag. Da steht, keine neuen Schulden, Digi. Frag nicht, gib ein bisschen evtl. Nein. Umbauen könne man die Schuldenbremse ja eh nicht. Die steht nämlich im Grundgesetz. Um das zu ändern, braucht es eine Zweidrittelmehrheit und dafür bräuchte man die Union. Und die hat da auch keinen Bock drauf. Aber apropos Union, die war bei der Europawahl fast so stark wie alle drei Ampelparteien zusammen. Und hat deshalb auch sofort Neuwahlen auf Bundesebene gefordert. Olaf Scholz ist König Olaf ohne Land. Er hat keine Legitimation mehr. Es gibt kein Vertrauen der Bevölkerung. Kann Lindner nicht aus dem Fenster fallen? Also zwei Sachen. Erstens der Hinweis, ich wäre, wenn ich in Deutschland lebe und meinen Amazon-Account mit meinem Amazon-Prime-Account auf der Twitch-Plattform verbunden habe, ein bisschen vorsichtig mit solchen Sätzen. Aber am Ende des Tages wissen wir, ist auch scheißegal, wenn sie die Tür eintreten, dann ist das halt so. Viel Erfolg dabei. Und zweitens, bis auf ein bisschen edgy ist das ja nichts. Was würde das denn ändern? Also jetzt selbst, wenn Christian Lindner zurücktreten würde, was wird das denn ändern? Glaubst du, dass dann der Sozialismus ausgerufen wird von Olaf Scholz oder was? Denk doch mal nach. Nee, denk nicht nach. Hör mir einfach zu. In ihm und deswegen ist die logische Konsequenz... Ja, sehr geehrte Genossen und Genossinnen, Christian Lindner ist gerade aus dem Fenster gefallen. Jetzt können wir auch Kommunismus machen. Jetzt ist auch Sozialismus da. Wenn es Neuwahl, Vertrauensfrage und am Ende Rücktritt... Eigentlich müsste er die Vertrauensfrage im Bundestag stellen... Das wurde aus der Regierung dann direkt zurückgewiesen. Ist ja auch klar, wer hat schon Bock, eine Regierung zu beenden, von der man selbst Teil ist und seinen Job zu verlieren, bei dem man mitbestimmen kann. Keiner. Und so krass wie die Ampel bei der Europawahl verloren hat, ist die Gefahr riesig, dass es bei einer neuen Bundestagswahl noch deutlicher in die Hose gehen könnte. Aber Leben ist kein Ponyhof und was ist, wenn sich die Ampel jetzt absolut nicht einigen kann? Wenn jetzt auch vor Panik wegen der Ostwahlen ein Partner in der Regierung sagt, leck mich doch im Arsch, das bringt doch alles nichts mehr. Was könnte dann passieren? Zum einen könnte Scholz jetzt sagen, pass auf, genug gespielt hier, ich bin der Kanzler. Prediction, ich kann euch sagen, ich kann mal meine Prediction geben zu den Ostwahlen. Thüringen wird absolut keine Regierung bilden können ohne die AfD. Friedrich Merz wird sich hinstellen und wird öffentlich bekannt geben, dass auch der Landesverband der CDU Thüringen nicht mit der AfD zusammenarbeiten wird. Dann wird der AfD-Mann aus Thüringen sagen, wir müssen das aber machen, ansonsten können wir keine Regierung bilden. Und dann wird Söder aus Bayern an Friedrich Merz den Appell stellen, dass er das freigibt, weil wir müssen im Interesse Deutschlands und im Interesse Thürings arbeiten. Und eine Regierung mit CDU-Beteiligung ist immer noch besser als keine Regierung. Und dann wird es mit ganz viel Bauchschmerzen eine schwarz-blaue Koalition in Thüringen geben. Und dann haben wir richtig Scheiße am Dampfen. Dann ist richtig die Kacke am Brennen. Und ich habe die sogenannte Richtlinienkompetenz. Bedeutet, theoretisch könnte Scholz Lindner quasi einen Haushaltsentwurf diktieren, der dem Kanzler passt. Dann würde ziemlich sicher ein Lindner sagen, ja, nee, dann ciao, das mache ich nie mit und würde geschlossen mit seinen FDP-Leuten zurücktreten. Oder aber Scholz könnte sagen, Lindner, du bist... Könnte fast blau-schwarz werden. Nee, glaube ich nicht. Es wird schwarz-blau. Ich vermute, dass die AfD bedauerlicherweise schlau genug ist, um dem Ministerpräsidenten Posten abzugeben. Das hat zwei Vorteile. Auf der einen Seite bindet man damit Höcke nicht an irgendeinen Ministerpräsidenten-Posten in Thüringen, sondern man hat ihn weiter für die Bundesebene zur Verfügung. Und zweitens hat man da dann auch ein Argument, dass man der CDU irgendwie rüberbringen kann. Also man kann der CDU das Ganze schmackhaft machen, indem man sagt, ey, okay, ihr habt den Ministerpräsidenten, wir regieren mit und koalieren. Und dann wird das schon die ganzen Machtgeier aus der CDU überzeugen. Das ist meine Vermutung. Das ist es einfach nicht und könnte den Finanzminister entlassen. Das hätte ziemlich sicher die gleiche Konsequenz, dass die FDP-Leute im Kabinett alle gemeinsam hinschmeißen würden. In beiden Fällen stände Scholz dann mit einem Koalitionspartner... Außerdem hat man da auch für die eigene Wählerschaft eben dann den Scapegoat. Also man hat dann den Scapegoat, in dem dann alles, was dann doch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt und versprochen hat, dass man dann auf die CDU schieben kann. Also ist halt in Österreich schon passiert, das wird auch in Thüringen passieren. Das wird kein Weg dran vorbeiführen, das Parlamentarismus, das Krise schafft Faschismus. Einfach so. ...na weniger da und hätte keine Mehrheit mehr. Dann hätte er diverse Optionen. Er könnte die Vertrauensfrage stellen. In dem Szenario würde das auf Neuwahlen hinauslaufen, weil er wohl nicht noch einmal eine Mehrheit im Bundestag hinter sich versammeln könnte. Wie absurd ist es eigentlich, dass man eine Koalition mit den Linken hundertprozentig ablehnt, aber jetzt mit BSW koalieren möchte? Wen meinst du, AfD oder CDU? Weil für beide Parteien gilt, ja, die BSW ist ja auch sehr viel konservativer und rechter als die Linkspartei. Also ist halt null absurd. Ein großer Teil des Parteiprogramms von Bündnis Sarah Wagenknecht ist von der CDU abgeschrieben. Also, das ist jetzt eher weniger absurd. Kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Kanzlers innerhalb von 21 Tagen den Bundestag auflösen? Innerhalb von 60 Tagen müssten dann Neuwahlen stattfinden. Stell dir mal vor, das könnte noch in diesem Jahr passieren. Die Vertrauensfrage wurde in der Geschichte der Bundesrepublik ganze fünfmal gestellt. Dreimal gab es dann nach Neuwahlen. Zuletzt 2005 unter Gerhard Schröder. Die Vertrauensfrage könnte Scholz natürlich aufstellen, ohne dass vorher jemand aus der FDP abhaut. Das wäre ein ziemlicher Poker. Wenn er dann die Mehrheit bekommen würde, vielleicht weil der FDP mit Blick auf die Umfragen eine Neuwahl dann doch zu heikel wäre, dann könnte die sich auch schlecht weiter querstellen, wenn es um den Haushalt geht. Es gäbe aber auch noch eine andere Option. Noch gilt ja das Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl. Damals hat die Union mit knapp über 24 Prozent zwar ein für ihre Verhältnisse räudiges Ergebnis eingefahren, aber zusammen mit der SPD würde es für eine Mehrheit reichen. Merz und seine Union können... Also ich glaube, die CDU wird versuchen, eine von der AfD tolerierte Minderheitsregierung zu machen, aber da wird die AfD wahrscheinlich nicht mitspielen. Eine Koalition sehe ich allerdings auch nicht. Vielen herzlichen Dank für deine politische Analyse. Du solltest ein Buch darüber schreiben. ...sagen. Olaf, guck mal auf die Umfragen. Wir stehen aktuell doppelt so gut da wie ihr, aber unter bestimmten Umständen... Du kannst das Buch nennen, die CDU hält ihr Wort. Dann kannst du mal bis, keine Ahnung, bis 1890 zurückgucken, was Konservative so bislang alles... ...gesagt haben und dann, was sie sich davon gehalten haben. Wird ein geiles Buch, glaube ich. ...würden wir einspringen. Du kannst Kanzler bleiben. Dafür schmeißt du Grüne und FDP beide raus und wir als Union übernehmen die Ministerien, die dann frei werden und wir dealen da was. Dann hätten CDU und CSU zwar mehr Ministerien als die Kanzlerpartei SPD, aber die könnte weiterregieren. Das wäre ohne Probleme möglich. Strategisch wäre das für die Union ziemlich riskant, da... ...und du bist ja ein ganz Schlauer. Ich würde fast vermuten, dass ich schlauer bin als du zumindest. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schlauer bin als alle Menschen auf dem Planeten, aber ich bin zumindest Vorletzter. ...was aus der Opposition natürlich deutlich leichter fällt, die Konkurrenz zu kritisieren. Sie könnte aber auch profitieren, wenn sie nämlich direkt zeigen würde, dass sie es besser kann. Über das Szenario wurde seit dem letzten großen Ampelstress im Winter mehrfach spekuliert. Im Frühjahr geisterte sogar eine Namensliste durch die Medien, wer aus CDU und CSU welches Ministerium besetzen könnte. Merz' Name war da übrigens nicht dabei. Es wird davon ausgegangen, dass er sich in diesem Szenario nicht in der Regierung die Finger schmutzig machen würde und sich schon auf die nächsten Wahlen vorbereiten würde. Theoretisch gibt es aber auch noch zwei weitere Szenarien, die sind aber sehr unwahrscheinlich. Rot-Grün könnte als Minderheitsregierung weitermachen, müsste sich dann aber für jedes Gesetzesvorhaben neue Mehrheiten suchen. Besonders bei den Haushaltsgesetzen würde das einfacher werden. Und die AfD hätte immer wieder die Möglichkeit, einen Troll-Move zu machen und Gesetzen zuzustimmen, die ohne ihre Stimme keine Mehrheit gehabt hätten. Das würde für Chaos pur sorgen. Theoretisch gibt es... Ja, weil ihr alles Idioten seid. Was ist denn das? Wenn SPD und Grüne irgendwie 16 Euro Mindestlohn entscheiden mit der AfD gemeinsam und dann die Leute sagen, nee, das darf man nicht machen, weil da hat die AfD auch ja gesagt... Dann lasst ihr euch halt wirklich wie eine Geige spielen von denen. Es ist... Es ist aber wirklich... Gibt es außerdem noch das sogenannte konstruktive... Er spricht über die Parteien, als wäre das ein Strategiespiel. Das parlamentarische System ist so am Arsch. Aber Parlamentarismus ist ein Strategiespiel. Also das wirkt nicht so, das ist so. Da geht es um Machterhalt und Beliebtheit. Nicht um Veränderung. Misstrauensvotum. Der Bundestag könnte den Kanzler entlassen. Dabei würden die Abgeordneten Olaf Scholz sagen, pass auf, du bist es nicht mehr für uns. Das Problem, es müsste gleichzeitig ein Nachfolger ernannt werden. Und aktuell ist es wirklich unwahrscheinlich, dass sich eine Mehrheit im Bundestag da auf einen neuen Kanzler einigen könnte. Ein Strategiespiel, das alle vier Jahre resettet wird. Nein, da wird nichts resettet. Da wird nichts resettet. Wenn du davon ausgehst, dass Wahlen irgendwas resetten, dann bist du ja jemand, der das Spiel spielt. Und sich anschaut und sagt, ist aber spannend. So, Parlamentarismus ist ein Haufen Scheiße, der seit 100 Jahren das gleiche Kapital schützt und größer werden lässt. Das ist Parlamentarismus. Da ändert sich gar nichts. Zu glauben, dass alle vier Jahre ein Reset stattfindet, ist ja genau das, was die wollen. So, nächstes Jahr sind Wahlen. Da wird nochmal schön. Können wir alles nochmal auf den Kopf stellen und mal richtig Gas geben jetzt auch, ne? Naja, klar. Was willst du denn machen, Alter? Tätig gab es das in der Geschichte der BRD nur einmal. 1982 ist Helmut Schmidt als Kanzler einer Koalition aus SPD und FDP entlassen worden und die FDP hat dann zusammen mit der Union Helmut Kohl Ich wohne im Ostblock. Hast du vielleicht irgendeine Idee, wie es weitergeht, wenn die AfD hier regiert? Also wie man sich da verhält? Gute Frage, Wolfgang. ... zum Kanzler gewählt. Fazit, es gibt also verdammt viele Optionen. Wahrscheinlich sind aber am Ende nur zwei. Entweder die Ampel bekommt noch im Juli ihren Shit-Together und einigt sich auf einen Haushaltsentwurf. Dann wäre über die Sommerpause erstmal etwas Ruhe im Karton, bis es dann zu den Ostwahlen wahrscheinlich wieder brennt. Oder aber man sieht ein, Leute, es hat keinen Sinn mehr. Dann würde Olaf Scholz wahrscheinlich die Vertrauensfrage stellen. Und dann würde es tatsächlich wohl noch in diesem Jahr Neuwahlen geben. Dass die Union Scholz die Pistole auf die Brust setzt, dicke Forderungen stellt und dann als Juniorpartner in die Koalition eintritt, das sehe ich persönlich eher als unwahrscheinlich an. Zwar könnte sie so beweisen, dass sie es besser kann, sie würde aber auch die Möglichkeit verlieren, aus der Opposition der Ampel vorzuwerfen, was sie alles so verbockt. Und das ist momentan eine ziemlich dankbare Situation. Leute, was meint ihr? Soll die Ampel jetzt sagen, komm, hat nicht gepasst, es gibt Neuwahlen? Oder findet ihr, in der Koalition steckt eigentlich... Was hat denn nicht gepasst? Rein Interesse halber. Nur, dass ich es auch mal verstehe. ...noch so viel mehr Potenzial in die Kommentare damit. Auch bei Neuwahlen die besten... Die FDP. Ah, die FDP hat nicht gepasst. Okay. Christian Lindner. Also wenn Christian Lindner weg wäre, dann wäre alles gut. Okay. Halt das für eine sehr mutige Analyse, aber auch in Ordnung. Arbeiter bauen, nicht die Gewehren, nicht die Gewehren vorhanden. Sehr gut, der hat die Maschinen, nicht die Räume lehren, sind alle Herzen die Kraft.